Das ist dein neuer LW Beckenbodentrainer. Er sieht so aus und zwar besteht er aus diesem Körper und aus der Lasche. Er wird ähnlich wie ein OB eingeführt und zwar mit dem Körper und die Lasche steht dabei nach außen. Wenn du den Körper anfasst, wirst du merken, bei Drücken und Entspannen, dass in dem Körper ein Bewegungssensor ist, der dann Rückmeldung an die App gibt und zeigt, wie fit du bereits mit deinem Beckenboden bist. Für ein etwas größeres Volumen hat der Hersteller diese Hülle konzipiert, die du ganz bequem auf deinen LW Beckenbodentrainer stülpen kannst. Wenn du möchtest, kannst du das Training mit drei bis fünf Minuten täglich ganz entspannt in deinen Ablauf einbinden. So, ich beginne jetzt mein Training und zwar heute steht auf dem Programm Pulse hochziehen, Pulse hochziehen und Stärke. Mal gucken, wie ich das heute hinkriege. So, los geht's. Kurze Wartepause. Nochmal tief durchatmen. Und anspannen, lösen, anspannen, lösen, anspannen, lösen, anspannen, lösen, anspannen, lösen. Fünfmal. Ja, fordert heraus. Ich mache weiter mit den Beckenboden hochziehen. Das Schöne ist, dass ich den Beckenboden als Diamanten sehe, also was ganz Besonderes. Und ich spanne wieder an und versuche die Spannung überhalb der Linie zu halten. Genau, das kommt jetzt mehrfach hintereinander. Ich glaube fünfmal. Und wieder anspannen, halten. Was auch ein ganz wichtiger Tipp ist, ist wirklich vorher tief durchzuatmen. Und wenn du anspannst, dann tief ausatmen. Also anspannen und ausatmen. A und A. Das lässt sich immer ganz gut merken. Und bei der Entspannung wieder einatmen. Das Video ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Firma Medizintechnik Karsen in München. Ich würde mich freuen über ein Like von dir und ein Abo und vielleicht magst du mal wieder vorbeischauen. Ich würde mich freuen. Lass dir gut gehen und bis bald.